Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vorsicht! So ein Mist, der schläft noch nicht. Was hat denn der noch für Böcke zu melken, mitten in der Nacht? Ich glaube, der hat sich eben seine Haare gewaschen. Man wird immer jünger und schöner. Hast du das gesehen? So viele Haare auf einmal? Ob das wirklich der lockige Snoppe ist, Jure? Warte, ich guck doch mal. Ja, ja, guck. Nachversich. Ich bin ein echtes Blondchen. Ja, ja, du, das ist der Snoppe. Aber wie kann einer so viele Haare haben? Ja, ne? So, nun werdet ihr eingewickelt. Guck, guck, guck nur die Dinge. Rolle, Rolle, Rolle. Na nu, komm her, du. Rolle, Rolle, Rolle. Also das muss ich mir lassen. Heute bin ich von einem schönen Menschen mal wieder kaum zu unterscheiden. Hehehe. Ja. Welchen Duft nehme ich heute? Ah, Maasliebchen. Guck, Guck. Guck. Guck, Guck. Guck. Oh. Oh, oh. Oh, oh, jetzt noch eine Mütze. Sehr schön. Schluss jetzt. Wipp. Ah, herein. Ah, herein. Ihr sträult ihr. Ihr schaute zu, wenn ich die Locker reinlegte. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir haben nichts gesehen. Na wartet ihr Banditen hier. Ja, uhlala. Ja, ha, ha, ha. Ja, ha, ha. Ja, ha, ha. Na, was ist wegen? Herr Jure. Jure ist hinter mir. Herr, Herr, ist Schluss. Nein, nur das nicht entsetzlich grauenvoll. Untertitelung des ZDF, 2020